Einen wunderschönen guten Abend ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind am Ende von Tag 7, der große Countdown läuft ab, Happy End Geplubber und ihr wisst, falls es dich also interessiert, wie es weitergeht, bleib heute auf jeden Fall dran, es wird wie immer spannend. Ja, ihr Lieben, die ersten 7 Tage sind vorbei, also so sehen die Videos aus, wenn ich nicht direkt in meiner Mitte bin und mich von dem Geschehen außerhalb ablenken lasse. Das ist total verrückt, was hier abgeht. Ey, jetzt mal ernsthaft. Habt ihr das letzte Video gesehen? Falls nicht, der wichtigste Ausschnitt hier. Lassen Sie es auch so formulieren, Impfen ist Nächstenliebe. Wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor du dich impfen lässt? Ja, und jetzt sag mir endlich, wie viele noch, wie viele noch, bis du endlich gehst. Das ist doch absolut kranker Tobak. Sagt man Tobak? Ich glaube schon. Ihr wisst ja, man muss eh aufpassen, was man hier sagt, wie man es hier sagt. Wollt ihr die totale Verdummung? Da habt ihr sie. Ja, ihr Lieben, ich quatsche gar nicht so viel. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut mal bei Teil 1 vorbei. Der Countdown läuft. Die ersten 7 Tage, da habe ich mich so ein bisschen ausgekotzt. Die nächsten Tage sollen ein bisschen erfreulicher werden. Es gibt freudvolle Themen, über die ich mit euch quatschen möchte. Aber nicht heute, nicht jetzt, nicht hier. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin heute müde. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall. So, ihr Lieben, da waren es nur noch 6 Tage. Und man merkt die Anspannung. Man merkt, dass wir tatsächlich nervös werden. Funktioniert das jetzt alles? Kommen wir gut durch. Wie sieht es aus? Ihr wollt natürlich immer noch wissen, was und wie und wo. Bleibt einfach weiterhin dran. Ihr werdet es erfahren. Wie gesagt, es sind nur noch 6 Tage. Haltet durch. In wenigen Minuten wisst ihr Bescheid, worum es geht. Hoffe ich. Ja. Hallo bei Tag 16. Bevor ich mich noch impfe, sind es heute nur noch 5. Tschüss, tschüss. Achso, heute, jetzt und hier waren es nur noch 4. Ja, ihr Lieben, jetzt sind es nur noch 3 Tage. So schnell geht das Ganze vorbei. Ich habe es euch ja gesagt, für euch wenige Minuten. Für mich wirklich mehr als Spannung. Deswegen, ja, haltet weiter durch. Es geht gleich los. Ja, ihr Lieben, 2 Tage noch und dann ist der Spuk vorbei. Der Countdown läuft ab. Morgen werden wir nochmal zusammen mit den Hunden laufen. Vielleicht sage ich noch das ein oder andere. Und, ja, dann war es das auch schon. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Letzter Tag. Und es ist mal halbwegs schönes Wetter. Ja, wir sind mal wieder mit den Hunden. Und ich habe festgestellt, ich kann nicht richtig zählen. Also es ist nicht nur noch ein Tag. Noch 17 Tage. Es ist noch ein Tag. Nein! Aber ihr bleibt einfach weiterhin dran, weil es sind ja nur ein paar Minuten. Stellt euch nicht so an. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Ne, ihr Lieben, ich will euch gar nicht hier belästigen. Doch, will ich. Ihr habt doch mein Video geklickt. Ihr wollt es doch so. Gebt es zu. Und in die Kommentare schreiben. Ja, schreibt mal bitte in die Kommentare. Was soll sie schreiben? Ja, was hast du mir gerade gesagt? Ähm, Kommentare schreiben bitte. Ah ja, genau. Und? Haha. Ein Tag noch. So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 3.15 Uhr und heute ist es soweit. Es geht los. Die Nachbarn schlafen alle. Man sieht absolut nicht. Hier steht das Auto. Ich zeige euch das mal kurz. So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Die Tasche wurde schon gepanzertakt. Aber sie hält. Ja, ihr Lieben, wir befinden uns hier bei La Croissant Therine. Kennt ihr das? Ich zeig's euch mal. Und die sprechen hier alle ganz komisch. Ich versteh das gar nicht. Immer Vollez-Vous und Troutes-Troutes. Wie sprechen die noch? Sacre bleu. Was haben die gesagt? La Mour. La Mour. Die Stadt der Libé. Das Land der Libé. Genau, da war doch was. Ja. Ne, wir sind hier. Die Kittis schlafen. Die zeige ich euch nicht. Die Frau steht hier und fährt ganz frei so. Hier läuft der Auto. Überraschung. So, ihr Lieben. Heute sind wir nicht mehr mit den Hunden laufen. Wir sind... Da liegt einer. Da hinten liegt eine. Da liegt Frau. Da liegt ein Baby. Und da drin ist eins. Wir sind wieder on the road again. Ihr Lieben. Wohin es geht und was wir da genau machen, erfahrt ihr alles im nächsten Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bleibt auf jeden Fall dran. Beziehungsweise, ja, bleibt dran an dem Kanal. Abonniert gerne die Glocke, damit ihr auch Bescheid kriegt, wenn da wieder ein neues Video hochkommt. Und lasst auch gerne ein Like da. Seid gespannt auf die nächsten Videos. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig tolle. Viel zu lange ist es her. Ja, wir stehen jetzt hier auf irgendeiner Raststätte. Und... haben Pause. Ihr Lieben, wir hören uns wieder.